Ich bin die Elvira Kölbl, ich bin Franchise-Partnerin bei Mrs. Porti seit 2014 im Mai. Ich habe meinen Klub in Berchtolzdorf, das ist in der Nähe von Wien. Von Mrs. Porti habe ich erfahren, indem ich selbst Mrs. Porti Mitglied war, ganz begeistert in Mödling. Das ist eben gleich in der Nähe von mir. Ich war fünf Jahre Mrs. Porti Mitglied und von daher habe ich Mrs. Porti gekannt. Ich sehe das Leben so als lebenslanges Lernen. Nach der Schule habe ich Krankenschwester gelernt, habe dann studiert, Pflegewissenschaft und Pflegemanagement. Ich habe im Krankenhaus gearbeitet, zuerst als Krankenschwester und dann war ich schon im Management sehr lang. Bevor ich Mrs. Porti gekommen bin, bin ich zehn Jahre lang. Das hat sich im Sommer für mich ergeben, dass ich im Krankenhausbereich einfach jetzt einmal einen Cut mache, weil ich da das Gefühl hatte im System, dass sich einfach immer wieder die gleichen Dinge wiederholen und ich sehr viel kämpfen muss, damit sich etwas verändert. Und da kam mir wirklich plötzlich wie ein Stern vom Himmel runter. Es wäre cool, wenn du selber zu einem Sporti-Club hättest. Ich habe mich vorher nicht damit befasst, war einfach ein Mitglied. Ich bin dann eben nach Hause, habe gegoogelt, wie das funktioniert mit dem Franchise-System. Wusste ich nicht einmal, dass es eins ist und habe es da eben erfahren, habe mich gleich online beworben. Ich wollte eigentlich einen Mrs. Porti-Club eröffnen und habe dann erfahren von Mrs. Porti, von der Zentrale, dass es Gebietsschutz gibt und somit ich nur die Möglichkeit habe, einen Club zu kaufen. Und da habe ich mir drei verschiedene Clubs angesehen und bin nach Bergdorf rein und wusste, das ist mein Club. Und ich habe mich da von erster Minute an wohlgefühlt. Viele haben mir gesagt damals, als ich den Club gekauft habe, mach das nicht, der Club läuft nicht. Aber ich habe an mich geglaubt, habe den Club genommen und bin sehr stolz. Also ich habe ihn übernommen mit 210 und wir stehen heute genau bei 419 Mitgliedern. Tolle ist halt trotzdem für mich die Erfahrung, weil ich wollte ja eigentlich eben neu eröffnen. Bei der Club-Übernahme, dass es ja Vorteile viele mit sich gebracht hat. Ich musste ja keinen Standort suchen, es war ja schon alles da. Es ist ein wunderschöner Ort und Standort. Es gab ja schon einen Mitgliederbestand. Es gab auch Mitarbeiter, die ich anfangs mit übernommen habe. Und somit war eine Basis da. Also durch das, dass ich ein Mensch bin, die auch Herausforderung mag, war es ja auch gut, die Prozesse einfach einmal von Null anzusehen. Was läuft gut? Was zu belassen? Und das, was zum Optimieren ist, einfach den Weg einzuschlagen und Schritt für Schritt eben in diese Richtung umzusetzen. Und genau das hat es eigentlich erfolgreich gemacht. Auf dem Weg zur Selbstständigkeit und bei der Überlegung, welches Unternehmen oder Franchise-Unternehmen wähle ich oder welches Konzept, finde ich persönlich, ist es einfach wichtig, dass die Werte von mir einfach zu dem Franchise-System passen. Und ich muss ganz ehrlich sagen, ich kenne kein Franchise-System, kein anderes im Sport-Gesundheitsbereich als für Mrs. Sporty, der all diese Punkte erfüllt, wo man von der Wertehaltung, einfach dieses wertschätzenden Umgang, diese Erfolgsorientierung und diesen weiten Blick voraus sehr visionär und immer über den Tellerrand zu schauen, erfüllt. Und als Franchise-System einfach eine riesen Stütze ist, weil in der Zentrale ja Leute in verschiedenen Abteilungen sitzen, die einem, egal vor welcher Herausforderung, dass wir stehen, wir einfach zugreifen können. Und das könnte ich als Einzelunternehmer ja nicht machen, das müsste ich mir ja alles selber lösen. Und so habe ich jemanden, wo ich sagen kann, okay, da und da ist Herausforderung, wo gibt es Partner vielleicht, die schon das gelöst haben, man lernt ja auch voneinander. Und das ist ja das Schöne bei so einem großen Franchise-System. Wir sind ja schon sehr groß und gibt es ja über 550 Clubs, dass da sehr viel Wissen vorhanden ist. Und das Wissen muss man nicht immer neu generieren, sondern kann einfach wirklich auch zugreifen. Und da wird man einfach herzlich empfangen. Und das ist für mich jetzt gar kein, also es kam für mich gar nicht die Frage, irgendwo anders umzuschauen, sondern ich habe gewusst, Mrs. Porte erfüllt das. Und deshalb habe ich mich sofort für Mrs. Porte entschieden. Der Weg, den jetzt Mrs. Porte geht, der Club der Zukunft, ist für mich einfach modern. Das bin ich, das passt einfach zu mir, zu unserem Club jetzt, wo ich bin, in Berchtesdorf. Und das ist alles so klar, es ist eine klare Linie und das passt einfach zu Mrs. Porte. Mich begeistert am meisten, dass ich selbst als Unternehmerin mein eigener Chef quasi bin, weil ich Freiraum liebe, weil ich Verantwortung liebe. Das ist einmal das eine. Und das andere ist, weil ich vom Herzen eine Frau bin, die einfach eine Balance im Leben will. Ich will einfach gut aussehen. Ich will sportlich bleiben oder mein biologisches Alter so weit schaffen, dass ich für mich immer gut aussehe und mich wohlfühle. Und eine gewisse Balance auch natürlich in diesem stressigen Leben, das wir haben. Und genau das begeistert mich, dass ich den Frauen das geben kann. Also ich bin für sie Vorbild und ich kann sie ja in diese Richtung begleiten. Und das bieten wir übrigens in Sportlich. Ich habe sehr gerne Verantwortung. Ich habe auch gerne so eine Vogelperspektive. Ich bin sehr aufmerksam zu schauen, was tut sich, dass ich da eben auch schnell zugreifen kann. Und natürlich durch meine Motivatoren, Zielstrebigkeit und Erfolgsorientierung hat es einfach super gepasst. Und dann habe ich gesagt, ich mag es. Das Produkt ist toll, das habe ich dann schon kennengelernt gehabt. Und ja, ich bin total happy, dass ich es so entschieden habe.